Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bloons Double Defense 6. Wir gehen heute rein und hören da was... Achso, wir machen hier weiter. Wir machen hier einfach weiter und gucken mal. Kick an. Da können wir reingehen, wenn ich das abgestellt habe. So. Bei mir ist aufgefallen, ist doch schon extrem einfach, wenn man da... Wenn man doch schon mit Doppelgeld reingeht. Das ist echt... Wie man so schön sagt. So, jetzt mach mal hier Attacke. Ah. Ah, sehle. Ist auch alles. Keiner kam hier. Komm, weiter. Wir haben doch keine Zeit. Boy. Vielleicht sollte ich mir mal für den Anfang eine ganz andere Taktik aussuchen. So, 4. Geht das hier jetzt weg? Sehr gut. Ich hab noch genug Leben. Ich mach mir überhaupt gar keine, äh... Gedanken. Noch nicht. Was ist das? Zauberer. Aha. Und hier, primär. Aha. So, Benjamin. Äh, jetzt... Und zeig mal aus der Kanzion. Ähm, ja. Vamos. So. Ähm, da. Da hätte ich gerne so... Den Unterstützer Reno. Nein, noch nicht. Es wird langsam... Eng. Level up. Aber... Äh, komm. Wir können mal... Nix. Den Affen hinsetzen. Was ist das für ein Schmarrn hier? Oh, das ist nicht gut. 2, 4, 6, 8... Uh, das wird knapp. Das wird richtig knapp. Okay. Geht nicht anders. Hm. Hm. So, worüber... Äh, wir gehen... Heiß. Heiß wie ein Vulkan. So. So. Und ich möchte jetzt was trinken. Mist. Wo ist mein Getränk? Ich hab heute wieder so viel vor, ne? Ich muss zum Friseur. Und die Haare müssen ab. Ha. Du Lamm, Alter. So. Sepp. 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 Was können wir denn machen? Um ein bisschen Penunsen vielleicht. Ähm. Ich frag mich grad, ob ich da noch... Nein, so, das... Ey. Ob ich da noch einen zweiten hinbekommen? Nein. Okay. So, gib mir Patte. Bitte. Oh, jetzt. Das ist richtig... Das ist... Ah. Hm. Hm. Keine Panik. Ich bin bewaffnet. So. Wie viel Geld denn? 200? Ne. Okay. Okay. Ich brauch noch was gegen die Mobs. Hm. Ich warte noch kurz. Warte, der kann angreifen? Oh, 5000... Wieso ist der... Egal. Ist halt so, dann ist halt so. Gut. Mehr Geld. Jetzt will ich mal gucken. Wie viel mehr? 500. Also nicht 500 mehr, sondern auch 500. Ist das gut? Aber trotzdem muss ich noch... Wo ist er? Dort. Äh... Ja, damit komm ich klar. Warte mal. Kann ich eigentlich auch hier irgendwo... Ne, den Kollegen kann ich hier nirgends hinsetzen. Dann setze ich den jetzt halt, äh... Geh hin. So. Und auf stärkster. Sehr gut. Ach, kick an. Wir haben ja auch schon... Ja, gut. Easy. Ach. Nö. Ja. Ach so, deswegen, ja klar, hier wegen, ne, günstiger und so. Mal gucken, ob wir den auf 22.000... Aber hier passt nix mehr hin, ne? Oh, was war da? Ne, ich hab mich geirrt. Oder? Da! Habt ihr es auch gesehen? Komm. Hey, gerade eben war da doch noch was. Ich hab mich doch... Ah! Ich hab mich nicht geirrt, das könnt ihr jetzt nicht mit mir machen. Und hier? Ne, hier ist wirklich gar nix mehr. Aber hier musst du auch irgendwo... Ich sollte mich vielleicht nicht unbedingt drauf konzentrieren, nur dieses... Ach, leck mich doch. So. So. Gut. Wie viel? 800, ja. 10, 6. Ja, 800. Und du? Ah. Ah. Aber wo kann ich denn denn hier... Hier muss doch irgendwo noch Platz sein. Da war doch gerade... Das ist einmal... Da! Ich seh das doch... Da, da... Ja! War das dumm? Vielleicht. Ist es mir egal. Ja. Geil. Ich bin zufrieden. Ist mir recht alles. Findest gut. Mehr Geld heißt... Mehr Geld, offensichtlich. 2160? Oder was steht da jetzt? Mathe. Mathe. So. Kriege ich hier auch noch einen hin? Ne, war? Ne, hier ist... Hier ist Ende Gelände. Oh, Geist. Oh, Geist. Oh, Geist. Ne, äh. Kleine Stückchen noch. Eisei. Guck mal, der ist schon... Der ist schon auf dem Plus. Der ist noch nicht auf dem Plus. Warum ist der eigentlich noch nicht auf dem Plus? Das finde ich nicht gut. Das erzürnt mich etwas. Jo. So. Komm. Komm. Okay, dann muss ich wohl den machen, ne? Ja, jetzt ist er. Äh. Ah, Geist? Ah, Geist? Das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Hm. Der Brille liefert auch einfach nur, ne? Hammertyp, ey. Hammertyp. So, so, so. Ah, er ist ein Plus, sehr schön. Was? Ach so, dann kann man... Ah. Ah. Interessant. Und... Und eins bringt gar nichts. Eins bringt gar nichts. Und zwei? Okay. Okay. Although, so, so... Oh, so. Okay. So, so. Okay. Yeah. Okay. Okay. So, so. Okay. Zeug. Weiter geht es. Level 1. Oh. Ja, jetzt komm. Großer. Er steht da. Oh, er hat sie versteckt. Oh, der Arme. Gut. Somit war es das für diese Folge. Lundstauber der 4 und 6. Ich habe ein paar Totems gesammelt. Ich kriege Dinge dafür. Ja, komm. Wir machen das auch gleich mal. Ich habe jetzt 16 Stück. Was bekommen war? Sammel. Instaaffe. Instaaffe 2. Coolio. Und dann gehen wir als nächstes. Als nächste Map spielen wir dann die hier auf schwer. Gut, alles klar. Bis dahin. Macht euch einen schönen Tag. Seid lieb und gehabt euch wohl. Ciao, ciao.